Das ist nass. Oh, danke. Tina! Bibi! Hier! Was macht ihr denn hier? Alex? Was machst du denn hier? Was ist denn passiert? Ich bin gekentert und die haben mich rausgefischt. Und wer sind die? Das sind, Leute, geniale Musiker aus Mali. Hi. Hey Bibi. Na? Wie machen die gerade eine Tour durch ganz Europa? Hello, my friends! Hi! Wir machen Musik für Frieden und Völkerverständigung. Für Frieden und Völkerverständigung? Ich finde die so gut, ich glaube, ich nehme die mit aufs Schloss. Und dann machen wir ein riesiges Schlosskonzert. Gegen die miese Stimmung da. Und für die Feitensteiner Kids. Ich meine, das ist doch mal was, oder? Oh, das wird dein Vater super finden. Aber, äh, ihr seid ja auch nicht mehr ganz allein, oder? Nee. Das ist Adea. Und das sind Karim und Sinan. Hallo. Hi. Hi, Leute. Na dann. So, come on, let's make music together. Nein, wenn das nicht mehr, Carmen hat seine Pläne. Ich bin ja nicht mehr da. Um alle Götze, ich gehe da an. Ich bin ja nicht mehr da. Ich bin ja nicht mehr da. Aber wenn ich bin ja nicht mehr da,